Hallo, bin ich da beim Ole Madrid? Ja. Das ist schön, ich hab mal ne Frage. Kann ich bei euch fix rumkommen zum Duschen? Bitte nochmal? Weil der Opa war gestern bei euch und hat ganz viele Jalapenos gegessen. Ah, echt? Ja, und seitdem kommt er aus dem Klo nicht mehr raus. So, und ich weiß jetzt nicht, wo ich mich waschen soll. Oh, und jetzt? Wollte ich zu euch kommen zum Duschen. Zum Duschen? Wir haben aber keine Dusche. Habt ihr ne Küche? Ja, Küche haben wir. Ja, da ist meistens auch ein großes Waschbecken. Ich hab da schon mal gesehen, wo man auch was abduschen kann. Wie groß bist du denn? So etwa. Wie groß bist du? Ach so, du siehst es ja nicht, ist ja Telefon. Ja klar, in die Küche kann man nicht duschen. Dann stell ich mich halt bei euch in den Geschirrspüler. Äh, das geht ja leider nicht, ne? Das geht nicht. Duschen in der Küche, das geht nicht. Ja halt nur kurz wenigstens. Nee, also auf der Toilette kannst du noch Hände waschen, oder? Na das kann ich bei uns auch in der Küche. Ja, aber ich meine der Opa bleibt nicht so lange im Bad, oder? Schon seit acht Stunden. Acht Stunden? Ja. Und ich müffel schon langsam ein bisschen. Geh zum Nachbarn. Nee, da war ich schon, aber der findet das nicht lustig. Wenn ich, äh, okay, ich muss leider weiter arbeiten. Ach, dann dusche ich doch jetzt hier beim Radio. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön. 말ons nächstes Maliska ¿ят eventuales les und Foot料? Jürgen. Mit teinen, diese ist richtig genau so. Ich hoffe dir hier alle. Tschüssig. . Untertitelung des ZDF, 2020